Kennen Sie schon MyMazda? Hier finden Sie alle wichtigen Daten zu Ihrem Liebling auf vier Rädern. Unter www.mazda.at klicken Sie in der oberen Menüleiste auf MyMazda. Wenn Sie MyMazda zum ersten Mal nutzen, wählen Sie nun Registrieren. Wenn Sie bereits registriert sind, wählen Sie Anmelden. Um sich einzuloggen, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort an und klicken Sie auf Anmelden. Schon tauchen Sie ein in die Welt von MyMazda. Zunächst finden Sie hier die Basisdaten Ihres Fahrzeugs, wie das Kaufdatum, Ihr Kennzeichen und die Fahrgestellnummer. Im Servicekalender wird Ihnen die nächste Wartung angezeigt, inklusive Fälligkeitsdatum. Auch unsere Kontaktdaten und Öffnungszeiten finden Sie hier. So haben Sie alle Daten bei der Hand, um gleich den nächsten Wartungstermin zu vereinbaren. Auch die bereits erfolgten Wartungen sowie die Garantien können Sie hier einsehen. Besonders praktisch ist die Sammlung von Videoanleitungen und Handbüchern, speziell für Ihr Mazda-Modell. Wählen Sie aus verschiedenen Kategorien die Informationen, die Sie gerade benötigen. Sie wollen Ihren Mazda mit Zubehör ausstatten? Unter MyMazda wird Ihnen der Zubehörkatalog für Ihr Modell angezeigt. Übrigens, MyMazda ist auch als App für Ihr Smartphone verfügbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017